Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Pius Schmidli, Schweizer in Thailand. Ich bin heute an der Nahd Chompian Beach unterwegs, beginne mal mit der Soi 38. Diese Beach hier nennt sich auch Short Beach. Die ist von unserer Strasse, der Watian Strasse, wenn man auf die Sukkum mitkommt, geradeaus runter ans Meer. Also rund 5 Minuten von unserem Zuhause entfernt. Leider sehr viel Schmutz an der Beach, aber eben, wir hatten heftiger Regen und heftige Gewitter in den letzten Tagen. Auch ist Flut im Moment, bei Eppe ist die Beach viel, viel breit. Short Beach, 5 Minuten von unserem Zuhause entfernt. Soi 36 beim Rimpala Pim Restaurant. Eine Sackkasse. Dead End, No U-Turn Ahead. Auch hier kann man mit dem Auto nicht wenden. Dasselbe ebenfalls bei der Short Beach. Auch dort hat man kaum Parkmöglichkeit für ein Auto. Mit einem Motorrad aber unproblematisch. Wir gehen auch hier mal runter an die Beach. Vielleicht noch, wieso mache ich dieses Video? Es folgt dann auch noch ein Teil 2 und ein Teil 3. Weil für viele Leute einfach die Pattaya Beach und die Jontien Beach Präsenz ist. Aber nur ein paar Kilometer südlicher haben sie keine Ahnung mehr. Dass es da im Prinzip auch noch schöne Strände geben würde. Ich war die letzten 2 Jahre viel an diesen Stränden. War sozusagen immer alleine unterwegs. Auch hier ein Loch, wenn man runter kommt und Schwemmholz. Es ist einfach herrlich hier unten und die ganze Ruhe. Short Beach, die wir zuerst gesehen haben, da bin ich am Abend auch gerne zum Sonnenuntergang und meistens auch alleine. Wir laufen hier mal nach hinten. Es gibt da einen schmalen Weg zwischen dem Felsen durch. Viele Kaktusse hat es hier auch. Und schauen hier mal auf die Van Amper Beach und die Jontien Beach. Geradeaus das Restaurant Papa Beach, links und rechts das Ring Palapim, wo wir vorher runtergefahren sind und das Motorrad parkiert haben. Nach Jontien Beach 32, da gehe ich rechts vom Postoffice runter. Bahn Amper Beach genannt auch. Die Bahn Amper Beach haben sie ein bisschen umgebaut. Einen neuen Weg gemacht. Neue Palmen aufgestellt. Die alten Bäume und Palmen haben sie alles weggenommen. Früher hat es hier auch Liegen, die man mieten konnte. Heute gar keine Liegen mehr, leider. Ich hoffe, dass da wieder mal Liegen kommen. Hier meistens ein paar wenige Leute, aber auch nie wirklich sehr viele Leute. Ja, hinter dem Parkplatz hier, an der Bahn Amper Beach, hat es noch ein paar wenige Verpflegungsstände. Da waren früher, vor dem Covid, auch einige mehr. Eben auch mit den ganzen Liegen, die da vermietet wurden. Wir fahren jetzt hier hinten durch und gehen eigentlich zur nächsten, Soy, der Jontien Beach. Roxanne Cafe, Scene One Seafood. Hier laufen wir mal zwischendurch. Da gibt es rechts noch einen Weinshop, der gar nicht schlechte Weine hat. Hier rechts ein sehr, sehr grosses Seafood-Restaurant. Ich war bis jetzt noch nie hier essen gegangen, war aber bereits einmal im Roxanne Cafe hier auf der linken Seite. Auch hier Zugang zur Beach. Ich bin zwar, als ich hier war, heute Nachmittag erschrocken, wie hoch das Wasser war. Da ist sonst am Ende der Terrasse auch immer noch Sand. Aber heute kommt das Wasser wirklich bis an die Terrasse hin. Wir laufen hier jetzt mal nach vorne. Schauen wir mal hoch. Ich muss mal einfach rausgezogen. Richtung restliche Baden-Amper-Beach, Ocean Marina, Yacht Club und Jontien Beach. Und hier wieder zurück Richtung Short Beach. Worita Cave Hotel. Auch hier kann man eigentlich durch den Park im Hotel laufen, beim Schwimmingpool vorbei. Oder Schwimmbad vorbei. Und hier vorne an der Beach hat es noch vor zwei Jahren ein gutes Restaurant gegeben, rechts. Und das ist jetzt die Sea Cloud Sky Bar neu. Da waren sie am Filmen mit einer Filmcrew. Das war auch Musik. Blick Richtung Jontien. Und Blick Richtung restliche Baden-Amper-Beach. Oktoberfest war da noch eine Tafel. Nach Jontien-Soi 26 beim Relax-Garten-Restaurant drunter an die Beach. Hier ist ein kleiner Fischerhafen. Neben dem Watt. Also links wäre jetzt der Watt. Hier wieder Blick Richtung Jontien Beach. Hier ein paar alte Fischerboote. Die Gab. Streunende Hunde, die es überall gibt. Muss man zum Teil vorsichtig sein. Und jetzt gehen wir noch die Soy 22 runter. Da unten ist ein grosser Parkplatz vom Ocean Marina Yacht Club. Es hat auch noch Fitnessgeräte. Einen kleinen Park. Ja, das war's bereits wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Und abonniert doch meinen Kanal. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.